Herzlich Willkommen bei Heikos Marktupdate. In dieser Woche möchte ich nochmal auf einen Punkt kommen, der total wichtig ist. Ja, die Zinsen sind zurück, aber die Realrenditen, die sind immer noch negativ. Was das für euch bedeutet, mehr dazu in meinem Video. Herzlich Willkommen bei Heikos Marktupdate. In dieser Woche bin ich über einige Schlagzeilen gestolpert. Zinsen sind zurück. Der Zinshammer ist da 4% auf Festgelder, 3,5% auf Tagesgelder. Das hört sich erst einmal top an, denn über Jahre hinweg, wir müssen uns nur kurz erinnern, gab es fürs Tagesgeld auf dem Konto quasi gar nichts. Aber jetzt sind die Zinsen eben wieder da im Bereich zwischen 3,5 und vielleicht sogar 4%. Oft hat das zwei Haken. Das eine sind begrenzte Laufzeiten, das andere ist, dass es meistens nur für Neukunden ist. Aber das ist gar nicht mein Thema in dieser Stelle. Mir geht es um die Zahlen als solches. Wir haben dennoch in Deutschland weiterhin einen negativen Realzins. Ich habe das an dieser Stelle schon mehrfach erklärt. Ich greife es gerne nochmal auf und habe euch hierfür auch nochmal eine Abbildung mitgebracht, die das verdeutlicht. Was sehen wir dort? Wir sehen die Realzinsen für Deutschland und die USA. Realzinsen immer ein risikofreier Zins, also eine 10-jährige Staatsanleihe und davon zieht man die Inflationsrate ab. Was sehen wir? Wir sehen in Deutschland einen Zinssatz hier von minus 3,6%. In den USA sehen wir einen positiven Wert. Und ja, das habe ich kurzfristig auch nicht so erwartet, dass sich das so entwickelt. Aber die Anleihenzinsen in den USA sind auf einem ordentlichen Niveau. Gleichzeitig ist die Inflationsrate zurückgekommen. Derzeit deutet aber vieles darauf hin, auch in den USA, dass wir das tief bei den Inflationsraten zuletzt gesehen haben. Da gab es einige Recheneffekte bei dem, was sich im vergangenen Jahr ergeben hat, was sich in diesem Jahr ergeben hat. Und insofern ist es gut möglich, dass sich das schon bald wieder der Nulllinie annähert und sogar in den negativen Bereich rutscht. Aber wir leben in Deutschland. Wir schauen auf die deutschen Zahlen und da müssen wir einfach festhalten. Wir sind hier noch im massiven negativen Bereich. Insofern ist es toll, wenn es diese Zinsen gibt, aber um das Kapital anzulegen und eben vor der Inflation zu schützen, reicht das Ganze nicht aus. Denn ihr habt ja immer einen Kapitalverlust, wenn die Inflation darauf wirkt, einen Kaufkraftverlust. Und wie könnt ihr jetzt diese Lücke schließen, diese minus 4% bei der Realrendite? Ja, nun, Aktien sind hier schlicht und einfach die erste Wahl. Das wisst ihr, das ist das, was ich hier seit Monaten hochhalte, wo ich immer wieder das Thema habe, dass Aktien immer noch die erste Wahl sind. Anleihen oder eben auch Festgelder können vielleicht kurzfristig einen Teil bringen, aber es reicht eben nicht aus. Ihr wollt ja positive Renditen haben. Ihr wollt ja in den positiven Bereich kommen und da geht das Ganze eben nur mit Aktien. Und der Aktienmarkt in diesem Jahr ist ja besser gelaufen als gedacht. Das muss man ganz klar so sehen und festhalten. Ich habe ja in den letzten Wochen mehrfach über Angst und Gier gesprochen, wie kurzfristig die Märkte hin und her gegangen sind und von den Emotionen getrieben worden sind. Was wir im Hinterkopf behalten müssen für die kommenden Wochen, wir kommen jetzt in die wackeligste Phase des Jahres. Es gibt ja saisonale Effekte, die an den Märkten immer greifen. Und gerade der Bereich jetzt Richtung Ende August in den September hinein, das sind oft Phasen, an denen es an den Börsen eher wackelig ist. Warum das so ist, hat sich über die lange Zeit heraus ergeben, dass natürlich eine Urlaubszeit immer noch da ist, aber natürlich auch, dass Unternehmensdaten dann erstmal noch fehlen und und und. Also viele Faktoren spielen hier eigentlich eine Rolle. Eine Neupositionierung von Großinvestoren ist oft noch nicht da und und und. Fakt ist, dass man das auch nicht überbewerten darf. Ein saisonaler Ansatz bei der Börse, der ist auch nicht so entscheidend. Die Ausschläge von einem Monat auf den anderen, die sind gar nicht so weit auseinander. Also von daher erst einmal ein wenig Entwarnung von meiner Seite bei dem, wo es jetzt vielleicht an den Märkten hingehen kann auf Sicht der nächsten Woche. Was für mich aber klar ist, die Realrendite und dann wieder zum Ausgangsthema zurück. Die Realrendite in Deutschland, die wird noch längere Zeit sub. Ja, wir haben auch positive Effekte bei der Inflation in Deutschland gesehen, aber die waren nicht so stark wie gedacht. Und es ist sehr gut möglich, dass wir jetzt auch schon in den Bereich reinkommen, wo wir eine Art Boden sehen werden. Wir haben natürlich wieder Effekte, das müssen wir auch sehen, bezogen auf den kommenden Winter, dass beispielsweise der Energiepreis und der Energiesektor, dass es hier wieder deutlich höhere Preise geben wird. Denn das, was wir im vergangenen Jahr gesehen haben mit den Nieferengpässen, das hat natürlich im vergangenen Jahr schon die Märkte angetrieben. Die Frage ist, wie wir mit der Versorgung klarkommen innerhalb der nächsten Monate. Derzeit werden die Gasspeicher in Deutschland schnell gefüllt. Wir sind auf einem höheren Niveau als vor einem Jahr. Aber was möglich ist, haben wir in vergangenen Tagen eigentlich schon gesehen, als es beispielsweise kurzfristige Preissprünge am Gasmarkt gegeben hat von 30 Prozent. Das kam sehr, sehr überraschend, zeigt aber, wie viel Musik da eigentlich drin ist. Und das wirkt sich natürlich dann direkt auch wieder auf die Inflationsrate aus. Jetzt ist das nur ein Baustein, aber er zeigt euch, hier ist die Tendenz, eher wieder zu höheren Inflationsraten in den kommenden Monaten und weniger zu noch deutlich sinkenden Inflationsraten. Und in der Konsequenz heißt das auch, die Realrendite wird erstmal noch im negativen Bereich, im deutlich negativen Bereich in Deutschland bleiben. Daher Aktien als das Investment, um diese Lücke zu schließen. Denn es geht eben nicht nur darum, diese minus 4 Prozent auszugleichen, sondern eben auch 6, 8 oder vielleicht sogar 10 Prozent mit Aktieninvestments übers Jahr zu erzielen. Und 10 Prozent mit Anleihen, das wird schon sehr, sehr schwierig und ist nur in sehr risikoreichen Bereichen überhaupt annähernd möglich. Also, erste Wahl bleiben Aktien, um eine positive Realrendite zu erzielen. Und diese Festgeld- und Tagesgeldangebote im Bereich von 3,5 und 4 Prozent, die hören sich gut an. Aber wenn man mal wirklich nachrechnet, ja, dann bleibt unterm Strich nichts übrig. Das soll es gewesen sein diese Woche mit Heikos Marktupdate, mit dem Blick auf die Realrenditen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und gerne auch auf Kommentare von euch zu diesem Thema, denn das ist ja etwas, was uns alle angeht. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen hoch. Das ist ja etwas, was uns alle angeht. Das ist ja etwas, was uns alle angeht.